Hallo ihr Lieben, diesmal grüße ich euch nicht aus dem Wald in Hannover, sondern mit meiner Freundin Sina Embrich zusammen aus ihrem Heimatort unter der Weide. Sag uns mal den Ort, wo wir hier sind, bitte. Wir sind bei Heidesheim, direkt an einem Seitenarm vom Rhein und unter der magischen Trauerweide, wo schon ganz viel Ritual und Heilung stattfinden dürfte. Und heute mit ganz liebem Besuch und Gitarre und Trommel. Ja, und ich freue mich total, dass ich dieser Einladung folgen durfte und dass Sina mich an diesen magischen Ort unter der Trauerweide geführt hat, die uns schon eine ganz schöne Botschaft bereitgestellt hat. Und die Botschaft lautet, weine keine alten Tränen. Ja, und wow, das ist heftig, weil wir uns oftmals, ja, zu oft und zu intensiv in diese alten traurigen Geschichten hineinbegeben. Und gerade die Trauerweide, die hier mit ihren wunderschön hängenden Zweigen im Wind sich wiegt, gibt uns die Botschaft, ja, nach vorn zu schauen. Und dafür haben wir uns überlegt, dass wir einen kleinen Song euch darbieten, einen indianischen Aufbruchssong, Awaya Hey. Hört ihn euch gern an und singt mit und weint keine alten Tränen, sondern, ja, schaut, wo sind die neuen Pfade, denen wir uns hinwenden können. Ja, Sina, hast du Lust? Wollen wir loslegen? Auf jeden Fall. Okay, dann los geht's. Okay, dann los geht's. Awaya Hey. Awaya Oh. Awaya Hey. Awaya Oh. Awaya Hey. Awaya Oh. Awe, 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 Awe Awe, Awe, Awe Awe, 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 Awe Awe, 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 Awe 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 Awe, 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 Awe Awe, 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 A